Was machst du denn da? Entschuldigung, habe ich dich geweckt? Ich schreibe gerade noch in meinem Bullet Journal. Okay, und wie lange dauert das noch? Ach, nicht mehr lange. Ich habe nur noch 10 Seiten. Ich habe schon meine Stimmung, meine Schrittanzahl, dann wie oft ich mein Geschäft verrichtet habe und wie viel Wasser. Das ist mein 8. Glas. Hast du auch, wie oft du mir auf den Wecker gehst? Wie oft ich dir... Nein, aber ich habe, wie oft ich dir ins Gesicht trete. Was?